da hast du glück gehabt dann ist das da abgewehrt jalan muss noch eine parade machen sonst wirst du getroffen ich werde angegriffen du hast es gut zu wissen dann möchte ich natürlich vorziehen und vorher angreifen okay du darfst vorher angreifen angriffen ist trotzdem ich lasse ich von johnny nicht nicht ausstechen ich sag auch ein vierer wuchtschlag du hast ein zwei autobuchtschlag durch den accelerators hast du ein schwein das ist ein glückwunsch geschafft hast du gerade so ein schwein redigion sei dran sei dank okay dann würfel deinen schaden aus rechnet den wuchtschlag drauf du hast du hast gesagt dass eine einhandwaffe gezogen ja und das heißt du musst die attacke doch hinnehmen wenn du die falsche waffe benutzt für das falsche talent 1 1 1 1 1 wird im gürtel getragen haben wir mal festgelegt ja aber eine zweihandwaffe zu ziehen kostet dich eine ganze aktion deswegen habe ich gefragt ob es eine einheitwaffe oder eine zweihandwaffe ist die du ziehst oder einhand richtig aber durch den accelerators verringert sich die zeit zum ziehen um eine aktion außer ich vertue mich gerade lass mich nachschauen das vertust dich das geht um schnell ziehen behandelt und schnell ziehen verwandelt das von einer von zwei aktion in eine aktion bei zweihandwaffen und von einer waffen in einer von einer zwei handwaffen es geht im rücken oder gürtelscheid und gürtelscheid das ist immer eine aktion okay wir gucken das nach ich lasse es jetzt einmal so durchgehen werden das von bis zum nächsten mal kontrollieren du darfst jetzt einmal attackieren würfel den schaden und dann darfst du noch einmal parieren oder einmal umwandeln entscheide dich ja sekunde zack und dann bin ich gut dass der schaden das sind siebzehn gut dann darfst du siebzehn minus rüstungsschutz und dann darfst du einmal parieren oder dafür und riko unterlaufen weil ich hatte vorgezogen und riko sein und riko ist schon unterlaufen genau was du dann darfst du angreifen was ich versuche auch eine attacke bloß 4 ich habe noch die parade das wäre gelungen wenn er nicht pariert er wandelt immer auf aggressiv ich erzählen wir uns fünf kriter fünf so dann kriegt der krabbenmensch hier unten 1234 wir können dem krabbenmensch noch mal zwei passiert nix 1236 schaden könnte dem unteren krabbenmensch noch mal geben sechs schaden kassim ist wieder mitgelaufen fragezeichen ja rodrigo ist durch kassim ist gelaufen er war da jetzt eine attacke parade ja die parade hattest du schon du darfst noch einmal attackieren also sind wir noch in der gleichen kampfkunde wie gerade eben weil man ja hatte ich schon hatte ich schon die attacke hattest du vorgezogen ne ne da darfst du jetzt noch mal angreifen wird das nur pariert eben ach so okay dann mache ich noch mal den gezielten stich wie in der letzten kampfrunde ja okay nicht bestätigt das tut trotzdem ziemlich gut muss der schutz abziehen wasser ist eine wunde wirst du hast die ja wunschwelle nicht abgezogen wir haben wunschwelle minus zwei wirst du hast gesagt wunschwelle haben die 15 das ist genau eine wunde wasser und gezielter stich ich mache ja eine zusätzliche ne stimmt dann hat er jetzt schon die erste runde wasser also äh frosty ich hab's gerade mal nachgelesen der wirkegriff macht quasi der kann nicht parieren und das ist 1w6 plus 2 quasi wenn ich zwei attacken mache dann wären es in dieser runde quasi zwei mal 2w6 plus 2 jeweils richtig ausdauerschaden oder ausdauerschaden aber das ist halt irgendwann trotzdem k.o. also das heißt du hängst jetzt die ganze zeit um seinen hals und willst ihn wirken ja weil ich warum auch nicht ich hab die freie aktion ist jetzt gerade auf ihm halt mich runtergeschüttelt insofern kann ich die ganze zeit die aktion auf ihn aufballern oder nicht willst du den wirkegriff noch weiter verstärken ja gut dann würfel mal zwei mal zwei mal raufen angriffe je leichter sie dir um 5 weil du von hinten angreifst ok aber eigentlich brauche ich gar keinen neuen würfeln also ich häng eigentlich so lange an ihm bis er mich parieren kann und das ist ein ring und kein raufen ich hab grad nachgeguckt du hast aber einen raufen gewürfelt ne ich weiß aber ich hätte auch einen ringwert geschafft also ich hab doch hier 14er ringwert und 16er raufen das ist mir egal gewesen gut ok ich wusste nicht dass der ringwert auch so hoch ist ne kein jahlen hat er vorgezogen ne ja dann sind wir fertig brindigian mit der 11 mal kurz frosty jetzt nochmal zurück also soll ich einfach mal zweimal trefferpunkte würfeln oder soll ich dir nochmal eine attacke würfeln genau machen wir zweimal trefferpunkte für die ausdauer ausdauerschaden also die die hälfte können wir dann annehmen die hälfte von deinen 2w6 und den rüstungsschutz ignorieren wir weil er am hals nicht gepanzert ist boah ich hab sie zwar gewürfelt gar nicht so gut dann kriegt er 4 sp 4 sp so ähm brindigian ist am zaubern du hast jetzt glaub ich 2 aktionen schon gemacht das ist jetzt die am anfang der nächsten fertig sagen genau am anfang der nächsten kampfrunde ist deine 5. aktion fertig mit dem kopf wieso äh 5c die die krabbenwesen genau hab ich mir gedacht die krabbenwesen ziehen wieder vor äh einmal rondrigo einmal evadaios 1 2 beides nicht gut hier geht sich jetzt alle vor ne genau dann hab ich hier einmal äh myra wird ignoriert dann machen wir zweimal ja lan ja möchte ich keine zweimal oh dann möchte ich natürlich ähm fuck ich kann nicht umwandeln gegen gehalten glaube ich kann ich auch nicht ja äh da ich umwandeln am anfang hätte ansagen müssen glaub ich wohl vorher erst nochmal äh äh du musst nicht äh du musst nicht äh umwandeln weil deine eh höher ist als die die hälfte hälfte paraden also wenn ich zwei mal parieren will muss ich das auch am anfang der kampfhunde ansagen nein musst du jetzt nicht machen weiter in dem fall möchte ich zweimal parieren du musst nur einmal parieren er trifft dich mit dem anderen nicht das siehst du äh ja das weiß ich ja vorher nicht doch siehst du ist auch egal denn ich bin aber wenn ich jetzt eher gut dann habe ich ja noch einen angriff ja das ist doch das tolle an der an dem prinzip das ich benutze so hast du nicht pariert weil die hälfte 17 schaffst du nicht ähm ich pariere allerdings auf 19 weil er akzeptiert ist auf 19 ja und dann pariere ich auf noch mehr weil ich ja über 30 inni habe da krieg ich noch eine noch eine hast du ein schwein ja ok schön dass du die regeln kennst sonst hättest du jetzt zwei w6 plus 7 gefressen ich hab's gerade vor mir offen gut dann äh mach noch eine attacke und dann davor und riko auch attackieren ja mach mal nochmal einen 4er wochschlag grifft ja schaden hinterher los ja parieren nicht habe ich schon gesagt und riko doch schaden machen und die zwei formen beziehungsweise und riko doch versuchen zu angreifen und riko macht einen dicken fetten wuchschlag vier nee viel viel mehr zwölf habe ich versucht ok aber das ist nicht so jung dann darfst du jetzt die zwölf wieder abbauen mit einer mit einer parade genau genau richtig hab ich eine positionierung ja weiß ich wie gesagt die äh wir wollen ja nur zweimal angreifen aber haben es nicht geschafft so bürgegriff regeltechnisch das genau es greift auch nicht an also es hat ja nur dich oder die waraske zur auswahl es hat aber auch selber nichts getan also äh wascher sitzt jetzt oben auf der äh auf der anderen auf dem anderen krabbenmensch und äh verteidigt gerade die waraske K7 stellt sich rechts neben riko hier den das ist eine aktion position dann kannst du noch irgendwas machen äh angreifen tu es vielleicht mach ich hier schaden tu es ähm das ist überzahlt plus schwer leichter oder ähm geron ist jetzt auch ähm genau eins zwei drei sind minus drei so dann kannst du deinen angriff schmeißen du kannst auch gleich einen schaden würfeln wenn du triffst weil wie gesagt die parade geht nicht etwa da ist es dran ich mach wieder einen gezielten stich auf den vor mir ähm klappt aber nicht äh ich mach kein schaden rüstung ist hoch ja ähm der andere krabbenmensch ist fertig äh da versteift sich das die anderen schlagen gleich nochmal auf den krabbenmenschen ein wascher ist weiter am würgen soll ich nochmal schaden würfeln oder ja mach mal bitte der front passiert wenig ein bisschen höher mal endlich ein bisschen höher mal endlich dann gehen wir brindigia nächste kampfrunde professor kommt durch ähm kann ich noch zweimal erzwingen reinbringen oder musst du das vorher ansagen äh darf ich erlaube ich dir jetzt noch ok dann mach ich noch zweimal erzwingen rein und ja brindigia nimmt jetzt seine seine ausgestreckte hand seine geöffnete hand weiter jetzt zur faust und ruft äh gliederschmerzen nagelstich schwäche überkomme dich ähm sagst du mir seine magieresistenz oder machen wir es nachher machen wir nachher ja von mir jetzt krit warte scherpatz aus na nicht so gut sex hm äh ja du merkst dass du gegen eine barriere stößt kannst du bitte mal zwingen die MR durchdringen ne das ist ja die erleichterung da drin ok äh dann hast du noch eine aktion das heißt er verliert nur die hälfte der astrale die bei der zauberin ist ne richtig ähm klar moment dann ja dann fang ich den zauber an und zwar in den blitz dich find auf den gleichen ok der dauert ja nur eine aktion richtig kannst du gleich wirken oh der blitz dich find hinterher da darf ein trikot angreifen oh das wird ja ach du wach du wach 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 brindigian ist ein toll äh ein pechmagnet oder oder was bist du ja pechmagnet nein 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 das ist tollpatsch macht 19er patsch ok ich dachte ich dachte du hättest jetzt 3x20 das ist keine 3x20 nein ne ich hatte nur irgendwas gesehen mit pechmagnetern ich musste nochmal dran denken äh ich hatte jetzt gedacht du hast eine 3x20 geworfen ne wenns darum geht von wegen wer kriegt in die frisse steht eher mal etwas weiter vorne und sagt hier ich hätte ganz gerne zusätzlich gezahlt ich hätte ganz gerne eine höhere chance in die fritze zu bekommen mit deinem meisterten kür bin ich ganz ganz vorne gut ähm jalan du siehst wie krabbenmensch sich auf brindigian zu bewegt das kann ja schön knicken rondrigo ist dran hat der krabbenmensch schon vormittige sohn angekommen nein macht er gleich ok dann werde ich einen bruchtschlag 5 sagen bruchtschlag 5 er pariert nicht kannst du dann auch gleich machen wenn er durchkommt alles klar das sieht gut aus k7 wie ist es mit dir willst du angreifen ja mit bruchtschlag 4 weil ich die sonderfertigkeit nicht habe um 8 erschwert aber gut tu es äh wenn er durchkommt wie gesagt er macht keine parade kannst du gleich schaden machen jetzt sind die krabbenmensch dran ähm einmal hammer auf ramirez einmal scheren auf k7 wie viele erschweren erleichterungen haben wir 4 oder mit den 4 erleichterungen als überzahl wärs geschafft gut dann kannst du schaden machen und rigo bekommt jetzt das gilt auch auch noch gewählt hab ich gesehen dann klacken jetzt die scheren auf dein schild und es knackt einmal auch faktor bitte erhöhen ja was ich glaube dass er einfach abgleiten ok gut ich zieh doch mein schild nicht in die scheren rein ja ok gut kannst du abwehren war vier schaden hinter ich habe fünf fristen und dann mache ich vier schaden dann sind sie bei 17 gut er war da aus du könntest zweimal angreifen es wurde nicht auf dich gezielt gezielt ja was hätte ich hier vorne ansagen müssen oder du bist jetzt dran musst jetzt ansagen ok dann mache ich zwei tagen zweimal gezielter stich ja eins nein wascher wascher ringt beide ich ringe weiter ja kann ich eigentlich mit den kreinen aktionen was machen beim ringen kann ich die irgendwie umwandeln dass ich da auch nochmal rufen rufen kannst du aber sonst ich mach dich fertig du krabbe gut dann wirfel deine 2w6 du kannst sehen wie das ding leicht in die knie geht wenn es knie hätte die ersten beiden scheren na ne scheren sind es nicht die ersten beiden krabbenbeinchen knicken vorne ein du bekommst leichtes übergewicht nach vorne hängst am hals Jalan darf noch ich habe noch eine aktion ok erste frage wenn er sich an mir vorbewegen möchte wenn er sich an mir vorbewegen möchte ich gebe mir sicherlich einen passierschlag zu ja warte der krabbenmensch hatte sich an dir vorbei bewegt und will jetzt brandigian einmal mit S ankreiden ist der krabbenmensch zu dem zeitpunkt einen passierschlag wenn er es tut richtig kann ich da auch irgendwie zwischen gehen damit er nicht an brandigian rankommt ähm wozuweise ohne den schaden zu fressen nee wenn du dich dazwischen schmeißt und den schaden für ihn kassierst ja sonst nicht hmm also du kannst jetzt zweimal vorher angreifen wenn du willst ja das tue ich auch und du kriegst den passierschlag so erstmal frisst er den passierschlag kommt dann hin zuerst äh getroffen wenn er keine Aumeisamkeit hat achso ne ist prinzipiell um vier schwert oder? prinzipiell um vier ok hinterfall nicht getroffen so dann kommen zwei angriffe machen wir einen schönen dreier Boxschlag draus hau rein getroffen so Sekunde kommen noch zwei Schaden vom Dings drauf würfel mal aus sieht gut aus 17 abzüglich Rüstung ja machen wir erstmal den nächsten Angriff ähm dem machen wir keinen dreier Boxschlag denn er ist ja schon um vier erschwert trifft allerdings auch schade hätte ich mir mal angesagt auch zwei Schaden vom Axel drauf hm nicht so gut immer noch elf gut dann kannst du wieder abziehen und jetzt wird brandigian einmal mit den Scheren angegriffen schafft er leider nicht Moment die 16 hat er nicht genommen überwähle ich nochmal 3 dann musst du einmal parieren kannst du nicht musst äh ausweichen du musst ausweichen wenn du irgendwas tun willst äh ja ich will selbstverständlich ausweichen ähm ist das erschwert oder? äh in S also ich glaub das ist 2 frei ist ausweichen erschwert im 1 gezielt aus dem 2 ja du hast ja schon leider ja ich kann nur frei genau du hast ja schon zweimal gezaubert dann kann er nur frei jetzt ausweichen dann kann er nur frei dann verlierst du trotzdem Initiative und wir fangen mit der nächsten Kampfrunde an Rebligian verliert die Initiative die Grabenwesen ziehen vor ich möchte auch vorziehen alles klar hab ich mir gedacht ja der Typ kriegt erstmal schön genüsslich 2 Attacken mach mal ein 3er Wuchtschlag fast guck mal ob ich überhaupt noch oh hey das wäre fast eine Wunde ähm 12 wieviel hat er noch jetzt hat er noch 5 gut normaler Kacke hinterher Kraft auch war noch nicht versorgt das ist schön und er ist tot gut dann ist er matschig bevor er Brindigian ein Bein abschnibbeln kann äh das Wesen oben bei Wascher geht auch in die Knie mittlerweile sind Düna auch angekommen der mit unglaublich brutalen Hammerschlägen äh nach ihm fiept äh Hock versucht das einfach mit normalen Angriffen Geron äh schlägt seinem Schwer zu ähm gut wir gucken uns gleich mal an was da passiert die anderen können hier wahrscheinlich auch niederringen das heißt wir gucken uns jetzt an was hier oben passiert ähm Rondrigo ist dran alle anderen könnt den vorziehen 3 2 1 Rondrigo ist dran ja dann schlägt Rondrigo auf den Krabbenmenschen jetzt ein und sagt einen Wuchschlag wie Anna er trifft also du hast 15 Trefferpunkte also 10 Schaden die ich von der Zahl abziehe ja und fällig gut Rondrigo ist durch äh 2 mal Attacken darf ich noch was machen in der Runde? die Krabbenmenschen dann irgendwie vor mich vorgezogen äh ja stimmt du darfst noch handeln äh quasi bricht das gerade vor dir zusammen genau also ich mach so ein Danke stoße ich noch aus zu Yalan und ähm würde mich dann orientieren wollen gut also Initiative wieder herstellen Entschuldigung ich hatte dich eben übersehen äh einfach weil sie hier unten abgefrühstückt wird ja kein Problem so äh dann muss Kazim Kazim macht das gleich vorher Parade behalten und Wuchtschlag 4 macht der Schwert die erleichtert 4 ja dann äh Hau rein wie gesagt Magierstar äh das ist bestätigt doppelter Schaden ähm ja ich weiß nicht ob er vielleicht noch dran kommt ich glaub der geht an 6 12 6 sind 12 das reicht genau dann gehört der Kill leider Kazim okay äh damit wende ich die Initiative rein folge und unter einem wuchtigen Hieb äh zertrümmert Kazim dem Wesen zuerst die Knie das ganze bricht ein der Stapel noch einmal nach oben gezogen und das Kinn wird zertrümmert ähm das äh Wesen unter Wascher geht ebenso in die Knie und wird von weiteren Hammerschlägen von Dynal niedergerungen wie gesagt die Initiative Reihenfolge wird beendet und auch das Abenteuer es geht dann nächste Woche weiter an dieser Stelle bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal